Ich glaube, 4-0 war dann zum Ende, war es dann ein Stück weit auch verdient für Dassendorf. Wir hatten eigentlich vorgehabt, bissiger zu sein und ich finde, dass 1-0 das gefallen ist, standen wir auf der Seite nicht vernünftig. Auf der linken Seite, dann kam der Ball ins Zentrum rein. Ich finde, wenn du mit aller Macht diesen Ball verhindern möchtest, hättest du den auch klären können. Dann kassierst du das 1-0, was du wirklich so verhindern konntest. Hat es dann natürlich mit Ivan eine Möglichkeit gehabt zum Konterspiel, zum 1-1, wir schießen nicht, wir lassen uns nach draußen abdrängen, warum auch immer. Passiert, finden dann aber nicht so richtig mehr im Spiel und nach dem 2-0, was eigentlich auch für mich zu verhindern war, der Ball wird ins Zentrum reingespielt. Der Stürmer braucht sich nur von unseren Abwehrspieler wegzudrehen und ist dann praktisch alleine aufs Tor und dann steht 2-0 und dann ist es natürlich schwierig, gegen Dassendorf auch zurückzukommen. Man darf nie zufrieden sein, vielleicht die Passqualität noch ein bisschen besser. Bei dem Rasenholz war es nicht so einfach, ein bisschen zu lang meiner Meinung nach, aber okay. Wir hatten auch gute Phasen im Spiel gehabt und wir müssen uns auch an den guten Phasen jetzt orientieren. Das muss in der ersten Halbzeit waren einige Sachen dabei und wir dürfen die Bälle einfach nicht zu schnell hergeben, dass wir immer nur hinterherlaufen, sondern es muss einfach eine klare Haltung dahinter sein und sich einfach am System zu orientieren und abzusichern, jeden Mann und dann wirst du auch deine Punkte wiederholen, definitiv. Natürlich ist Dassendorf und jetzt auch Totonja starke Gegner, das wissen wir, aber auch da kann man Punkte holen, wenn man es clever macht. Bis zum nächsten Mal.